Es war mein Baum. Der hatte eine Maus. Die Maus war ein Haus. Okay, nice job. Hier ist der Steuer HD mit einer wundervollen Folge Fiete bis Light und hier bei mir die zwei kleinen Mongos, Pyrrhus HD und Sangla Busta. Warum bin ich eigentlich der Mongo? Hallo, die zwei kleinen Mongos, okay? Weil wir uns ganz zu streiten. Okay. Ich glaube, wir sollten hier mal... Ja, Mann. Ja, halt's mal. Warten wir uns mal ihre Ausrüstung oder so? Ja, nein, bis sie vor Arm gehen. Nein, wir haben uns schon so lange gestritten, dass es Nacht wurde. Alter, ich fahr hier gleich runter. So, und jetzt haben wir uns gedacht, wir sollen mal anfangen... Ey, hau mich zu schlagen! Also, ich hab schon mal gesagt, Leute, dass ich der Zauberer hier bin. Sanzi ist der... Weg da, weg da, mein Baum! Ey! Oh, verpiss dich! Mein Baum! Penner! Sorry! Einmal plötzlich geschlossen, egal. Mein Baum! Okay, jetzt bist du tot. Nein! Dein Todes... Dein... Du wirst dein Todes-Oblick sehen. Was wolltest du sehen? Dein Todes... Man hört, ich bin mir ein bisschen erkältet, also meine Stimme wird drauf. Wieso auch immer? Doch. Ich hör mich doch nicht an wie immer. Oh nein! Da kommt Naruto! Schnell weglaufen! Schön, Wasser rein! Oh nein! Nein! Okay, ich muss gleich wieder reinkommen. Ähm, Java... Ähm, warte mal ein Programm schließen. Was ist los? Antwort warten. Ja, der hat gerade ein Problem mit Java gefunden. Äh, Leute! Habt ihr den Timer gestartet? Nein! Ich aber... Nein! Hab ich zum Glück. Also, ich war ziemlich so schlau und hat meinen Timer kurz gestartet. Ja... So... Also, was wenn wir anfangen? Hey, Eli! Warte, warte! Warte, ich mach mir schon meine Webbench. Ja, ich muss doch mal neu reinkommen. Ich muss auch noch reinkommen. Bei mir gingen gerade Dings da nicht. Okay, wieso... Wieso hab ich jetzt keine Probleme? Aber ihr? Hau mich zu schlagen! Java wollte ein Update. Hey! Nein! Ah! Aber schon nur zwei. Oh nein, Creeper! Ah! Ah! Ein Mensch, wer gerade passiert ist. Ich hab mein Kostgeräusch mit dem Baupfamil. Ich hab mich gefragt, warum hab ich ausgemacht. Fick es! ist das ist ja auch er sagt dass ein Todesoblick und das ist eigentlich so gut er hat mich ohne Grund getötet und jetzt wollen wir Skelette töten und und ja viel Spaß wow alles hinter die Heer alter alles hinter die Heer geflogen schnell nach oben schnell nach oben nein 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 Lala Lala meint sich immer noch jemand der Herr ja verpiss dich du verdammte Spinne jajajaj lass mich nicht fliegen scheiße Alter wir müssen uns weniger streiten Digga du hast es jetzt angefangen ja man, wirst du nicht sein ja jetzt habe ich mal angefangen sonst hat immer Pyros angefangen also ey nein sag die Wahrheit sonst hast du immer angefangen du du mit mir immer streit scheiße du bist immer mit mir streitiger so auch bei der letzten in der Besuch wenn er die Welt verstorben gehört das tut mir leid es sind auch jungen die Wohnung bei unseren Eltern also wird der das also bei uns ist das so die Runde ist er hätte er ist der jüngste ich bin er denn er wird hier und sagt er hat uns da ist eben der älteste bei der Schilder ja aber wenn die Schilder spielt kann er nicht jaa er hat hier Familienprobleme nicht wir also er hat solche Probleme dass er nicht mal am PC ran darf ich bin Spöne du scheiß fucking Zombie Alter deine Mutter du Zombie deine Mutter nämlich auch so hab's Digga Alter Alter wieso hat das Zombie eigentlich Holzschwert das meint ich hab noch nicht mal ausrüstung ok ich hab einen feil, ich bin voll gefährlich ich hab das höchstwert eingesammelt, voll geil ja die 2 kann auch damit nicht umgehen also wenn ich jetzt in Deutschland mache, lässt mich in Ruhe mich? also ich? nein, ich meine, nein ja wegen dir ist auch mein ganzes Holz weg also ich wollte unterbrechen, war jetzt wieder da das war mein Holz, ich hab dich echt sehr verstanden ja ok, rastet ihr ja nicht aus und wir machen eine ganz normale Karte, ne also ich wurde spitze, hat irgendjemand wo man ein bisschen stein, aber ich kann sagen ey, kann ich kann so ein bisschen für mich zusammen ja da ich stehe, du weißt Monde sorry du Monde na sorry du Schwein also wir können nicht ja man, hör mal auf so laut zu sein, Digga wer denn? Hagen, er schreit wie ein Mädchen ja, ne was ein Huhn ein Huhn ein Huhn oh, ein Ei stirb, nein nicht wegrennen ah ok wer will ein Steinschwert? ich, bitte komm ja ja warte das Huhn muss daran erlauben ach stimmt, fuck Huhn hör auf wegzuren du kommst dein Schicksal nicht da vorn also wie schon gesagt, ich bin der Zauberer da wo mich Zauberer unterbrochen hat ja jetzt mal ich bin der Zauberer Santi ist der Machini ich kann nicht der Elektriker der Elektriker der Elektriker und ähm Hagen ist eben Hagen ha 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 Pius HD Pius HD Pius HD Nehmen wir 3 Minuten auf, jetzt für die erste Folge ähm mich ist egal, also ich denke ich mach 20 Minuten also ich mach 20 Minuten an Karte mach ich auch wer will jetzt nicht scheiße, steigt mal nicht, warte jetzt ich bin jetzt hier, warte so in meinem Alter seine was Ratsch und zähle ich beworben zu z ok lecker ein bisschen, aber auch egal so bist du ein Klister gut ist treuer das sieht, dass äh das ist, ich bin ein ganzer Ansatz immer noch ja ich kann ja schon da wo ich gestorben bin, du mich getötet hast ja ich komm ja ja und dann Hagen und ich auch, ja ich komm ja, also als Marl dann dieser Schwabbel und Schwabbel Schwabbel und die Fresse wirst du wirst du wirst ein Stein schwer, ne meint mich? hallo ja 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 warte ja ein Stein schwer hat es hat ja ich weiß es, wo haben jetzt auch, tötet mich jetzt nicht damit ich ja du ich kann dich bei ich mach das schon nicht, keine Angst, keine Angst so sanft bin ich noch so sanft bin ich noch die Fahrt ist auch egal wo ist Pyrus hat die eigentlich? ich bin kurz draus gewesen warum denn? er hat eine kleine Nudel nein ähm äh flash ist kaputt wie voll ist es kaputt? was weiß ich denn? die kleine Mangel kannst du gleich die Kiste auch mitnehmen, die Werkbank Sandkeller äh warte, ich hab schon okay, ich hab doch, ich hab doch keine ja, ich nehm dir gleich mit ein Rummerbaum ich hab einen Rummerbaum gefunden gut yeah sexy nimm ihn mit auf unsere große Reise in den schwarzen Wald Gott ist cool so okay ey ich denke das war genug sexuelle Anspielungen ja hast recht kommt durch er hat angefangen Petro ey Petro hast du noch ein äh das war jetzt was? hast du mir jetzt Sachen gemacht? ja ein stein schwer wie du es wolltest hey Leute ich werde ihn jetzt schlagen das hatte ich auch überlegt aber dann ja guck mal den da an ey der das volle, das volle Psycho man wer? der vor voll Tagen der war sehr hoch wie ich grinse warte warte so? nein das war es ey Leute es wird wieder dunkel wie er war es dunkel? das heißt wir mussten schon wieder steigen ey ich brauch dich gleich hä wieso sieht es so aus? hä? muss eigentlich was gehen geblieben hab ich hä? ich will ich will ich muss ich muss es eigentlich klären aber auch egal also nächstes mal will ich Musik anmachen und wenn die Bäume hier wieder zurückkommt das sieht dann zur Wandern ja äh warte das ist ne? nein ich mach mal was anderes scheiße ähm ja das ist ich bin jetzt Robert Baumann ey das ist 6 die muss ich gleich abfangen ja man die so sexy ja so ich muss mein Ofen weil scheiße ab Leute ja ich bin ich bin ich bin warte mal ich komme ich komme gleich wieder wartet mal ok äh sorry Leute dass ich gerade los sznuste ich trinke noch mass äh äh noch was ohne so es gibt fronte wendchen ne äh nimm jetzt 2 vorhänge auf jetzt oder nur eine jetzt schon Liga ich habe die Zauberer ja es am besten oder er liebt nicht mehr stört die in die Sorge eigentlich Prozent es ist das Projekt mehr als die Linie das Projekt ändern das Krimi aus ja ich habe gedacht so lange gereicht mit den Anspielungen das ist auch gerade hier geht es nicht mehr um Anspielungen, hier geht es selbst in die Tasche Alter ist er verrückt dann, Alter ne, das war im Ernst ja ok, äh wir nennen das ähm komm jetzt kommt noch was, guck, pass auf nein, 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 die Welt der Homos ey, ich sehe den Friesburkant, seht ihr den auch? Der sieht voll sexy aus, guck dir den an ey, das ist shit voll ich komme ich mach mal ein Foto ich hab Foto geschaut ey, das ist voll geil ja ich brauche einen Fisch ey, die sind tot, die muss ich haben aber dafür brauche ich Dings da ach, da ist der? boah, das ist der Volkan oh mein Gott, ich wäre fast da runter gesprungen ich auch guck mal, wo ich stehe boah, das ist fast alles mit Lava oh oh, tot tot ja, schon tot also, Pyrusadele ist heute von uns gegangen ich sehe da Fleisch ah, okay, das war aber nicht Fleisch ja, das ist meins ich grab mich runter das hab ich mir gerade braten ich bin gerade runtergefallen einfach so wuuh, scheiße ist das schon hier ist das schon hier ist das schon das kommt das ist mein Fleisch, das wisst ihr, ne ich hab das nicht genannt ja, man heute nicht hm, scheiße, mein Hals so ich hab ich hab ich hab ich hab ich hab Abteilung, ne Abteilung, ne Abteilung Hauseinteilung ja und machen wir, ähm Pyrusadele meint ich hatte es allein in den Haustagen ob wir das zusammen, ob wir alles zusammen in ein Haus sind oder ähm aufteilen, also jeder hat sein eigenes in Minecraft können wir machen was wir wollen also wir können ein Haus ganz zusammen haben und dann können wir noch ein paar einzelne Häuser machen ja, okay, ich würde euch jetzt vorstellen ein ganzes Haus ähm zu sagen okay, wer hat mir jetzt mein Holz wer hat mir jetzt mein Holz wer hat mir jetzt mein Holz weggenommen ich hab das ich hab das ich hab das ich hab das ich hoffe jetzt mal Petro zu sagen der Name ist jetzt warte mal, ich geb dir das gleich okay, warte mal wann hab ich Petro gesagt? okay, außer jetzt oh fuck man, was machst du? hau mal ab ich war zuerst hier ich war zuerst hier gar nicht na klar, ich hab Kohle gesammelt guck das in der Aufnahme ja, ich auch hier, hier, okay, 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 hier Holzwerkbank und das andere die Werkbank ja, die Werkbank ja, die Werkbank ich hab keine Werkbank ich hab keine Werkbank ich hab keine Werkbank ah, ich hatte mehr Holz nein, das ist das Holz, was ich aufgesammelt hab ich hab keine Werkbank doch, nein, ich schwere ich hab die Werkbank kannst du auf der Aufnahme sind auf Youtube jammern schon Jammern Fick ich, nein, das hat ja keinen Jammern Fick ich, nein, das ist gar nicht jammern Fick ich, nein, das ist gar nicht ich will die diese Grünstein haben ich bin in der Glocke ich bin in der Glocke Ja man! Ist das keine Grünsmaragde? Nein! Das ist Oranium! Das ist ganz gefährlich! Nicht für kleine Kinder! Okay, sollen wir jetzt wieder nach oben? Oder wie machen wir das? Keine Ahnung! Ich bin rausgegangen und dann wieder reingefallen! Manchmal ist, wenn ich meine Vintar mache, dann... Du hast es weiß? Nein, es ist nicht! Das ist bei dir weiß oder was? Nein! 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 Ja, immer hatte ich das! Hat mir auch! Da wenn mir bei mir war das aber voll in die Kisten immer! Ja, und dann beim Ofen auch! Ja, genau! Passiert ab und zu, ne? Okay, äh... Was machen wir das jetzt? Das war nur aber, wo ich meinen eigenen Server hatte, also... Jetzt nicht mehr! Okay, ich bin weg, ne? Pyro 2D ist auch ganz unten, ich und Sandkiller ist auch schon oben. Wir machen 20 Minuten, ne? Ja, genau! Weil wir gerade bei 15 Minuten lang gekommen sind! Sollen wir den Haus hier machen? Das sieht voll chillig aus, hier mit dem Vulkan! Wollte auch gerade sagen, mit dem Vulkan! Ich kann nicht so weit gucken! Ich kann nicht so weit gucken! Egal! Das sieht voll cool aus! Sollen wir hier bleiben? Wir können auch unten... Ja, finde ich! Wir können auch unten ein Strandhaus machen! Ja, können wir auch! Nein! Ich will lieber bei dem Vulkan bleiben! Oder wir bauen uns wieder hier rein! Guck dir das dann, hier so rein! Nein! Nein! Nicht mehr so wie bei der anderen Märkte! Mann! Doch, letztes Mal sah's voll geil aus, unser letzter Server! Oder wir machen einen riesengroßen Turm! Spaß, ne? Spaß! Hab ich nur gesagt! Das wird zu heftig! Ich hab Kopfhörer! Habe ich auch so? Äh, nein! Ich habe jetzt... Ich hab Marble! Okay, ich bin für Petros, äh... Ich bin für Destroyers, äh... Anmerkung! In den Berg reinbauen! Also in die... Also in den Berg! Ja! Also in den Berg! Ja! Okay, lass einen Berg reinbauen! Der sieht sexy aus! Ja, dann haben wir aber wieder das gleiche bisschen, ne? Ja! Was denn haben wir wieder das gleiche? Das... Das nur eine Unterkunft machen! Wir können auch umziehen! Was denn? Ach so, ich hab wieder... Nein, wir bleiben... Wir bleiben nicht so lange! Wir... 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 Das ist schon Unterkunft nur! Für jetzt! Also... Also... Wenn ich das... Wenn ich das immer sehe... Wir brauchen noch eine Unterkunft und nach dieser Unterkunft... Ja! Also später hat das so unser Haus! Ja, genau! Wie immer! Aber okay! Ich... Schön! Egal! Du bist... Warum ist die Minecraft-Musik aus? Ich hab gesagt, du sollst aus sein! Ach ja! Hab ich ganz vergessen! Oh, ich hab... Ich hab vier Robber-Bäume! Voll geil! Hat jemand Kohle? Kann er mir die bitte mal runterschmeißen? Nein, du musst noch rum! Nein, du musst jetzt... Kannst du mir die bitte mal runterschmeißen? Komm, Tommy! Komm! Komm her! Ja, komm! Komm, du kleine Bastard! Komm! Wo bist du? Zanti? Äh, Pio, was warst du? Warte, 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 warte! Ich hab auch noch Kohle! Äh, wo bist du denn? Die online-fach! Ey, ich hab das genau unter dir jetzt! Wie war das? Das war's? Ich geb dir den... Das liegt jetzt runter! Hast du das? Ja, danke! Das kein halbes Steck, das ist die 17! Nein, ich mein, ich mein jetzt, wo mein halbes Steck mich dir jetzt weg ist! Ich dachte schon! Ich will die runter! Ich will die runter! Kohle! Jetzt geh ich auf Eisensuche! Wir haben Eisensuche! Wir haben Eisensuche! Scheiße! Drei Eisensuche! Ach, zack! Ja, warte, meine Hand kratzt! Wo bist du denn? Also da, drinnen? Ja? Nein, komm mal hier rein! Äh, komm mal zu mir! Okay! Okay, da bist du! Gehst du gerade! Hier! Okay, spring mal! Wir müssen hier bleiben! Hallo! Wir müssen echt hier bleiben! Siehst du da, wo du dich gerade reingebaut hast? Also in den Berg? Siehst du den ersten Berg hier? Also den zweiten hier? Also von hier jetzt gesehen? Ja! Von da können wir dann so ein kleines Haus bauen und dann so eine Brücke zu dem zweiten Berg und dann können wir unser Haus richtig groß machen! Das wäre echt hammergeil! Ja, aber das ist voll klein, weißt du? Und das ist scheiße! Okay, dann eben nicht! Wir können auch einen anderen Platz suchen! So! So! Der Platz muss richtig groß sein, weißt du? So... So... Wäldermäßig so! Ja, hab's schon verstanden! Kannst du mir jetzt mal bitte drei Eis noch hier runterschmeißen? Ich hab keine Eisenbahn! Geh zu Dings da! Was? Ich bin sicher, mit deinem scheiß Grinsgesicht machst du mir Angst! Hehehehe! Wieso sehe ich das denn? Ich warte! Ich geh mal kurz raus! Hä? Und mach mal deine Geh-Bewegung an! Wieso hab ich immer noch den Scheiß-Kinn? Wie ist das Scheiß-Kinn? Der Standard-Scheiß! Dann musst du den Standard-Scheiß löschen und deins reinpacken! Ja, mach ich gleich! Mach ich gleich! Also sagen wir, wenn die 20 Minuten zu Ende sind! Äh, genau jetzt! Also... Ja, ich sag jetzt mal tschö! Bis zum nächsten Folge! Wir sehen uns gleich wieder! Ja, okay! Tschüss Leute! Tschüss Leute! Tschüss Leute! Tschüss Leute!